Also, ich treffe mich heute anscheinend doch mit Alina mit dem Eislaufen. Eigentlich sind mir meine Schlittschuhe zu klein, aber egal. Ich bekomme nämlich mal zu Weihnachten. Aber ich kann sie jetzt nicht benutzen, weil ich sie ja erst zu Weihnachten kriege. Sehr doll. Aber naja. Gut, ja. Krass. Ich stehe hier jetzt an der S-Bahn. An der S-Bahn kannst du sie jetzt umgehen und ich warte auf die Nacht. Hi Leute, also wir sind hier gerade Eislaufen hoch. Und ich bin zweimal voll hingeflogen und ich werde auch gleich nochmal diese Videos einblenden. Ja, es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Aber ja. Ja, genau. Herr Kito! Ja, genau! Auslauf. Hi Leute. Wollt ihr sehen, wie ich hinfalle? Ja. Okay. Guck mal, mitnimm die Arme mitnimm. Ich hoffe, ich fall nicht auf die Fresse. Also, Leute. Wir gehen jetzt auf die Fresse. Also, Leute. Wir gehen jetzt auf die Fresse. Wir gehen gleich raus. Because ihre Mutter holt uns ab. Ne? Ich filme gerade übrigens auch. Und sie filmt auch. Und ja. Warum kann es nicht so glatt sein? Welche Qualität ist denn das? Ich denke meine. Genau. Auf jeden Fall war heute ein Eislaufen Tag. Ja. Ihr habt ja diese Videos gesehen. Also, Leute. Ich bin jetzt seit einer Stunde zu Hause. Wie gesagt, ich wurde gefahren. Und ähm. Ja. Ich habe auch gegessen. Und ja. Sonst wird es nichts mehr zu erzählen. Also. Ja. Ich glaube, ich beende diesen Tag auch an dieser Stelle. Also. Heldig wohl. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ok? Ja. Und das Auto grew.